Hast du jemals versucht, Wasser-Ski zu fahren? Hast du jemals versucht, Wasser-Ski zu fahren? Ja, ich habe einmal versucht, Wasser-Ski zu fahren. Ja, ich habe einmal versucht, Wasser-Ski zu fahren. Schau, dies ist ein kleiner See. Schau, dies ist ein kleiner See. Die Leute fahren hier Wasser-Ski. Die Leute fahren hier Wasser-Ski. Schau, dies ist ein kleiner See. Findest du nicht auch, dass sie zum Wasser-Ski fahren ein schönes System aufgebaut haben? Findest du nicht auch, dass sie zum Wasser-Ski fahren ein schönes System aufgebaut haben? Schau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Leute haben viel Spaß beim Wasserskifahren. Sie treiben Sport und haben Spaß. Sie treiben Sport und haben Spaß. Sie treiben Sport und haben Spaß beim Wasserskifahren. Die Modler jeden Alters kommen hierher und fahren Wasserski. Das ist eine sehr schöne Aktivität am Wochenende. Dies ist eine sehr schöne Aktivität am Wochenende. Komm, lass uns hier hinsetzen und den Wasserskifahrern zuschauen. Komm, lass uns hier hinsetzen und den Wasserskifahrern zuschauen. Komm, lass uns hier hinsetzen. Möchtest du heute auch versuchen, Wasserski zu fahren? Möchtest du heute auch versuchen, Wasserski zu fahren? Nein, heute sitze ich lieber am Ufer des Sees und lese ein Buch. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.